Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Show. Heute stelle ich euch ein neues Schiff vor in Star Trek Online und zwar geht es um den Temporalen Zerstörer. Für die Romulane, die Tal-Watt-Klasse. Und ja, ich habe das Schiff noch nicht ausgepackt. Ich habe es mir vorhin an der Tauschbörse geholt. Der aktuelle Preis liegt bei 130 bis 150 Millionen C. Und ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns das einmal komplett an. Ich nenne dazu einmal das Interface wieder ein. Und hier habe ich dann noch das Schiff. Den ist erst einmal durch. Hier die verschiedenen Klassen. Die Mobius ist die Föderationsklasse, die Krennen, die Klingonen, die Tal-Watt, die Romulane. Und in diesem ist einmal durch. Temporale Zerstörer des Spiegeluniversums sind mit einem universalen Konsolmodul für Mannheim-Vorrichtung ausgestattet. Diese Konsole basiert auf der Zeit-Gravitation-Arbeit von Dr. Paul Mannheim frühen und mittleren 24. Jahrhundert. Die Experimente verursachten Falten in der Zeit, die heutzutage als Mannheim-Effekt bezeichnet werden. Die Mannheim-Konsole kann Duplikate von ihnen herstellen. Eins aus ihrer Zukunft und eins aus ihrer Vergangenheit. Das ist ein Teil des Zepts mit dem Tipp-Platz-Zylinder. Und Höhenstärke 33 Tauren, Schild-Modifikator 1,5. Besatzung 250 nur. Waffen 4 Bug, 3 Heck, 2 Geräteplätze. 1 Lieutenant beliebig, 1 Lieutenant Commander beliebig. 1 Lieutenant Taktik, 1 Commander Taktik, 1 Fehlendricht Technik. Also man sieht schon, es ist sehr auf Taktik grundsätzlich ausgelegt. Konsolensplätze, 4 Taktik, 2 Technik, 4 Wissenschaft, 15 Grad Basis Geschwindigkeit, Impuls mit Kanon 0,2 mit Kanonen bestückt bei Sackglas. 14 Energie für Waffensysteme, 5 für Hilfsenergie und die Registrierung. Was man noch dazu sagen kann ist, dass der Temporale Zerstörer das Gegenstück von dem Temporalen Forschungsschiff ist. Was man zum Beispiel aus der Voyager Episode 24, Staffel 5 glaube ich, wie man das kennt. Die Relativity hieß die Folge und dort hat man das Föderationsschiff gesehen aus dem 29. Jahrhundert. Was halt als Forschungsschiff ist und das ist das Gegenstück aus dem Spiegeluniversum, das eher taktisch ausgelegt ist. So würde ich sagen, benutzen wir das und sehen Schiffenbetriebnahme, temporale Teilwattzerstörer. So wählen sie ihr Schiff, da ist es. Und hier können wir gleich das mal upgraden. Das hier ist normal Tier 5 und wir wollen sie auf Tier 5 U. Haben eine neue Taktikkonsole. Und die Raumschiffmeisterschaft und präzise Waffensysteme plus 5 Genauigkeit. Verbesserte Waffenbanken plus 15 kritischer Trefferschaden. Veränderwaffensysteme plus 2,5 kritischer Trefferschaden. Und bestärkte Waffensysteme plus 10 kinetischer Schaden und Gesamtenergieschaden. Da sieht man auch wieder, es ist wieder sehr oft Taktik ausgelegt. Und ja, die besondere Konsole können wir uns gleich mal angucken. Konsole, Universargerät, Mannheimgerät. Das haben wir uns schon durchgelesen. Kann auf Zeitschiffen ausgestattet werden, auch auf dem Shuttle. Mannheim-Konsole, Mannheim-Effekt. Der Effekt der Mannheim-Quant-Duplikate ist sehr eigentümlich. Alle Hüllenschäden und Heilung ihres Duplikats aus der Vergangenheit werden auf sie übertragen. Und alle direkten Hüllenschäden und Heilung werden von ihrem Schiff auf das Gegenstück aus der Zukunft übertragen. Dieser Effekt findet nur in eine Richtung statt, sodass weder Hüllenschäden noch Heilung ihres Gegenstücks aus der Zukunft ihr Schiff oder das Duplikat aus der Vergangenheit betreffen. Der Übertragungseffekt ist nur auf Hüllenschäden und Heilungen beschränkt, sodass bei Ausänderungen bezüglich der Schilde und anders nichts weitergegeben wird. Im Mannheim-Effekt ist der Wirkungsform verdreifacht ihre effektive Feuerkraft. Feinde müssen zwischen drei Zielen werden, wobei Schäden ihres Gegenstücks aus der Zukunft nicht an sie weitergegeben werden. Die eingehenden Schäden potenziell um ein Drittel verringert werden. Weiterhin werden nur Hüllenschäden ihres Duplikats aus der Vergangenheit auf sie übertragen. Womit alle Schildschäden auf dieses Duplikat verringert werden. Ok, sehr verwirrend. Was bringt uns das? 100%, äh, plus 100% alle Schäden, Widerstand für 30 Sekunden. Also das macht den so fast unvergrundbar. Und wenn man auch noch den Tybler-Zylinder hat, dann gibt es ein Zwei-Z-Bus-Fragmentzeit. Fügt zur Tybler-Rücklaufzeit Fragmentzeiten zu. Alle Feinde in der Nähe werden festgehalten und können nicht anvisiert werden. Ok. Also doch recht stark. So, dann gucken wir uns einmal an wie das Schiff aussieht. So, das ist das Schiff erstmal im Groben, es sieht genauso aus wie die Remor-Klasse, also dieses Forschungsschiff. Plus, nein, da rum Farbe. So, Brücke haben wir nur eine. Dann Fenster, ja gut, haben wir auch noch eins. Dann das Material, da gibt es ein paar Remaner. Reman-Typ 2, Romulaner. Soll ich jetzt hier nicht nehmen. Im Spiegel auch nicht. Das ist die Talwatt oder die Upgrade. Die Upgrade ist mir in grün und lila gehalten. Und die Talwatt mir in einem, was ist das hier gut, braun? Braun-blau. Upgrade. Ich werde jetzt glaube ich erstmal bei Talwatt bleiben. Wir können auch noch Muster auswählen. Einmal dafür diese kleinen Räume. Das weiß ich nicht was das bringt. Und dann ein gesamtes Muster. So. Ja, das war's. Dann können wir abbrechen, da wir ja nichts geändert haben. Das Schiff haben wir jetzt ausgerustet. Ja, was können wir hier reinpacken? Ich pack da mal ein paar Sachen rein. Die... Nein, ich mach das nicht. Wir gucken uns jetzt mal die Brücke an. Dann mach ich das in so beraten Video. So. Schussbrücke besuchen. Und dann werde ich diesmal ein... Das Kampf Video extra machen. Und dann zeig ich auch nochmal das ausgerustete. Da das... Dann nicht so lang dauert. Hier der Part nicht so lang wird. So. Das dauert halt immer ein bisschen länger. Das erste Mal, dass die Brücke geladen wird. Ja Brücke, du kannst jetzt laden. Und die Brücke kennt man. Also es ist die gleiche wie auf der Mobius-Klasse. Und... Hier ist einfach nur die... Föderationsbrücke des 29. Jahrhunderts. In... Grün. Wer die Voyage-Episode kennt, dürfte diese Brücke auch kennen. Hier sehen wir sie schon. Hier, das ist der Transporter. Temporale. Was haben wir hier? Biotex, Dienst-Offiziere, man sieht auch schon. Alles... Schön animiert. Ok. Account Bank. Wo geht's denn hier hin? Oh, ok. Da geht's dann erstmal weiter hin. Hier haben wir noch... Kleinen extra Raum. Geht's dann runter. Ach, hier können wir sogar rausgucken. Das ist auch mal schön. Und... Wählen sie ihr Schiff aus. Ok. Und das wirst du auch schon. Das ist dieser temporale Monitor. Und hier sitzt normalerweise der Käpt'n. Ja gut. So. Ja, geht auch. Sehen wir auch schon. Sieht sehr schön aus. Alles sehr Romulanisch gehalten. Das Schiff. Die temporalen Elemente. Das hört alles aus dem 29. Jahrhundert ein bisschen. Anders. Das ist die ganze Mechanik. Und ja. Auch hier oben. Der Teil. Ist nicht die größte Brücke. Ist auch nicht... Also... Hat nicht viele Elemente. Aber es ist eine Brücke aus dem 29. Jahrhundert. So. Dann verlassen wir das Schiffssinnere. Und gehe noch einmal im Raum. Dann kann ich das Schiff nämlich auch nochmal im Raum zeigen. Und dann müssen wir gucken, ob wir die Mannheim-Konsole auch mal direkt einsetzen können. So. Das dürfte jetzt etwas schneller gehen. Und da sind wir auch schon. Und... Wir sind klein. Wir sind mal wirklich klein. So. Ich habe jetzt halt meine Standardwaffen dran da. Wir fliegen mal ein Stück weg. So. Hier sieht man das Schiff. So. Mal Interface auszublenden. Aber wir sehen auch schon, dass es wirklich sehr klein gehalten hat. Wir haben... Die Antriebsgonnel hier. Hier sind vier Antriebe und der Mittelantrieb. Wo auch wahrscheinlich die Zeit mit manipuliert wird. Und hier haben wir da auch nochmal die Antriebe. Sonsten durchlässig. Den kleinen Mittelbau. Sieht man das auch schon. Also in Menge. Was dann alles rauskommt. Also die ganzen Farben. Sieht auf jeden Fall schön aus. Sehr klein. Dynamisch. Kann sich sehen lassen. Von unten haben wir auch diese... Zwei Zeitaggregate. Die gleichen wie hier oben. Aus unten sieht man sie besser. Und ja. Dann blende ich mal das Interface wieder ein. Dann haben wir hier die Maman-Konsole. So. Wenn man als Schaftgeplicatus ja Vergangenheit. Dann würde ich mal sagen, aktivieren wir die Maman-Konsole. So. So funktioniert. Und da sind sie. Wir sehen, wir haben jetzt zweimal das gleiche Schiff. Hier einmal. Nur 3000 Hölle. Und auch. So. Wie viel haben wir? 57.000. Ohne Konsolen jetzt. Und ja. So haben wir einfach mal zwei extra Schiffe. Ich bin mal gespannt, ob es noch einen Effekt gibt, wenn es auskommt. Und dann verpuffen die einfach in der Zeit wieder. Okay. So. Ich bin mal gespannt, wie das im Kampf ist. Könnte recht stark sein. Und dann würde ich sagen, sollte es auch schon mit diesem Review wieder gesehen sein. Weil, let's show, wie man es nennen möchte. Und dann werde ich nochmal einen separaten Part machen zum Kampf. Weil ich das Schiff soweit ordentlich ausgerüstet habe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo da und ein Like. Und dann würde ich sagen, tschüss.